Ja, ja, du sag was, nix, Davis, ja. Grüß dich, Schulz am Apparat. Spricht da Schulz? Möglicherweise. Dann hören Sie mir gut zu, Schulz. Ich hab Ihre Katze. Nein! Oh doch! Warum? Warum nicht? Ich weiß es nicht! Wenn Sie Ihre Katze jemals lebendig wiedersehen wollen, müssen Sie mir viel Geld geben. Aber ich hab gar keine Katze. Ich... Warte, was? Naja, ich hatte mal eine, aber sie... wurde entführt. Ja, von mir! Nein, von mir. Das ist gar nicht meine Katze. Ich hab sie entführt, aber vergessen, das Fenster zu schließen. Sie ist geflohen. Was stimmt mit Ihnen denn nicht? Ich hab das Fenster aufgemacht. Vielleicht wollte ich ja, dass Sie die Katze entführen. Vielleicht sind Sie ein Spast! Vielleicht. Wie auch immer, wenn Sie mehr Infos von mir haben wollen, müssen Sie mich bezahlen. Verdammte Scheiße, du sollst mich bezahlen! Niemals. Du Sackgesicht! Ich denke, man kann sagen, die Katze ist aus dem Sack. Ja, aus deinem Sack vielleicht. Jetzt sag's mir. Was denn? Wo ist meine Muschi? Naja, ich leg dann jetzt mal auf. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer, Mann. Ja, nee, das wär jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm, also... Denn es stellt sich raus, dass ich die ganze Zeit die Katze war. Was für eine Wendung! Ende. Drei Dunkelsacken drei.